Nein, ich hab den Lego-Mod noch. Der hat schon geschaut, oh fuck. Ey, der ist schon kaputt. Ey, Mann, kann ich nicht. Für die, für die, für die hast du auch an mich. Prösterle. Ey, ist der auch noch an der, an der Area, weil... Ey, da ist ein Auto an der, an der, an der, an der, an der. Sobald jemand reinkommt, kriegt er von Min Wanted, äh, Vier Wanted. Warte, oh, deine Frau. Fünf. Ähm, SVG ist fünf vor uns. Es ist schon fünf? Ja. Es war immer fünf. Ja, weil alles, was du schaffst, weil das auf den Startzug gelobt ist auch fünf. Natürlich, wenn die BR machen, vom Start halt direkt, also generell so wie Rega, glaub. Und SVG ist schon, der Rest ist eigentlich vier. Warte, wohin jetzt eigentlich? Warte, 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 warte. Äh, LV-Kreuz ist frei. Äh, wir können durchfahren LV-Kreuz. Kannst den Ranger fahren? Ja, ja. Okay, dann fährst du vorne. Warte. Ja, da wollen wir Autobahn fahren. Machen wir nie zählt, woher ist. Ey, warum packen wir? Na, nicht. Nur der SVP-Fahrer. Ja, 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 da ist noch ein Auto, aber ich bin im Heli gekommen. Wenn du jetzt kommst, dann will ich dich jetzt. Ja, der SVP-Fahrer. Ja, ich bin falsch gefahren. Ich fährt hier im 80er Limit. Wir sind beide falsch gefahren. Ne. Und wer hat hier die Einsatzleiter gemacht? Ich. Nein, da ist Wasser. Nein. Nein. Böses Wasser. Oh. Bist du jetzt im Wasser drin, oder was? Spray down. Bello, er kommt hier, oder soll er schickt hier weiter nach links? Ja, fahrt weiter. Ich bin rein. Vorkreuz. Der Vorkreuz ist safe. Ich bin sofort da. Warte. Lecker, gell? Ja. Wo bist du? Nein. Nein. Wenn mich niemand gleich mitnehmen könnte. Dann hab ich die gerade gar nicht. Herr Werner im Eingesetz, Elwin, hat den Channel betreten. Ja. Ja. Alles klar. Und danach Streife? Oder dürfen wir danach auch noch verfahren? Wer ist das? Wie geil denn denn? Lass den Wettetern nach 10 durch. Vorrechts, vorrechts. Na, im Eingesetz, Elwin hat den Channel verlassen. Ich hab voll verfahren. Was? Ja. 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 Der war cool. Scheinbar einer ander gleich. Ich bin hier. Der schlingt bei Download. Das ist auf dem Auto. Okay, jetzt hab ich mich eingelassen. Ähm. Wie fahren wir runter oder was? Wir fahren gleich rechts runter. Was? Spiel kurz Duty, dann komm ich. Das heißt, wir nehmen eine ganz normale Route. Ah, danke. Ein Biker würde nicht kommen, Ballast with Grove. Weiß nicht. Erzählen genauso mal. Na, im Eingesetz, Elwin hat den Channel betreten. Ich könnte erst mal mit dem bisschen abbremsen, dann mit eventuellen. Die ist echt, ne? Die hast du auch gepatcht. Nein, nein. Diese war ne Masche. Außer die PA-Autos. Abgabe ist, soweit ich sehen kann, clear. Abgabe ist frei. Ganz so spannend. Ah, zack. Wir haben also komplett alles frei. Zehn Kamerbunker erneut. Also, ich hab, äh, ja, ja. Danke. Oh, ja. So, Zehn. QoS hat den Channel verlassen. Wir hatten Lust noch auf Streife. Mit mir zu machen. Boah, ich geh jetzt auf. Ich will nach Walking Dead schauen. Ich? Ich? Ich schau jetzt noch, ey. Ich bin jetzt auf 20 Minuten on Duty. Also. Wer hat mich gefragt? Äh, er Maast hat den Wort gefragt. Ja, kannst bei mir sitzen bleiben. Dieser, willst du am PD raus, oder willst du jetzt bleiben? Ja. Nein. West steht auch perfekt da. Willst du fahren, Maastor? Wartet mal auf mich. Ja, ja, Maastor. Ich komm mit euch. Fahr du ruhig. Wartet mal auf mich. Wartet mal auf mich.